Miss Marple, das ist ja eine freudige Überraschung. Guten Morgen, Inspektor. Könnte ich Sie vielleicht einen Augenblick sprechen? Äh, privat. Aber ja, natürlich. Kommen Sie bitte in mein Zimmer. Danke schön. Hier. So, nehmen Sie Platz, Miss Marple, bitte. Danke schön. Also, was kann ich für Sie tun? Sie sind doch nicht etwa hier, um mir zu sagen, dass ich schon wieder ein Verbrechen übersehen habe. Doch, genau deshalb bin ich hier gekommen. Es ist ein sehr schwerwiegendes Verbrechen. Es handelt sich um einen Mord. Oh nein, nicht schon wieder, bitte. Diesmal ist kein Irrtum möglich, Inspektor. Also gut, rücken Sie schon mit der Sprache heraus. Wer hat wen ermordet diesmal? Was den Mörder angeht, so erfordert das natürlich eine sorgfältige Untersuchung. Sein Opfer war der alte Mr. Enderby. Enderby? Das sind doch Hirngespinste. Er ist an einem Herzschlag gestorben. Ja, aber es fragt sich, was die Ursache des unerwarteten Herzschlages war. Ich kenne den ärztlichen Befund, Miss Marple. Es kam nicht unerwartet. Er litt seit vielen Jahren unter Herzbeschwerden. Natürlich, genau. Genau. Ein wohlhabender alter Mann, der unter chronischen Herzbeschwerden leidet. Interessant, wie sich die Begleitungsstände in den beiden Fällen gleichen. Ganz egal, wem Sie nur noch immer gleichen. Sie deuten nicht auf einen Mord hin. Entschuldigen Sie bitte, Inspektor. Sie kennen doch sicher Agathe Christis bemerkenswerten Roman, Der Wachsblumenstrauß. Der Wachsblumenstrauß habe ich nie gelesen. Dann braucht man sich nicht zu wundern, dass Sie den Zusammenhang nicht sehen können. Agathe Christi sollte Pflichtlektüre werden bei allen Polizeibehörden. Zu Ihrem Opfer kam das Verderben in Gestalt einer Katze. Aber ich bitte Sie, Miss Marple, das führt doch wohl etwas zu weit. Ein wohlhabender alter Mann mit einem schwachen Herzen Und einer absolut krankhaften Furcht vor Katzen. Was könnte leichter sein für jemanden, der ihm nach dem Leben trachtet, Als eine Katze in sein Haus zu schaffen. Eine Katze, auf die der alte Mann in einem unerwarteten Augenblick stoßen wird. Ja. Der alte Ennerby wurde vorsätzlich zu Tode erschreckt. Das ist wirklich eine geniale Theorie. Aber ich möchte Ihnen raten, Miss Marple, weniger Kriminalgeschichten zu lesen. Ein hübscher Liebesroman wäre viel beruhigender. Wollen Sie etwa damit andeuten, dass Sie in dieser Sache nichts unternehmen werden? Nicht das Geringste. Ich bin Kriminalbeamter, Miss Marple. Mich interessieren nur Tatsachen. Also bitte gut, dann bleibt mir nur noch ein Weg offen. Einen Augenblick, mein Miss Marple. Nein, Herr Inspektor, ich kenne meine Pflicht. Ich verzichte auf Ihre Hilfe und werde das selbst untersuchen. Guten Tag. Sie werden wieder von mir hören. Und zwar, wenn mein Fall abgeschlossen ist. Ach du liebe Güte, meine Pastete. Ach, ich habe Sie nicht aus Versehen anbrennen lassen, wie Sie vielleicht annehmen. Alles Absicht. Sie werden gleich sehen. Ich habe das Stück Leben, das wir in Enderby's Haus gefunden haben, in Teig gebettet. Und dann den Abdruck mit Gips ausgefüllt. Sehen Sie sich das Ergebnis an. Beweisstück Nummer eins in Gips festgehalten. Verstehe. Sehr klug von Ihnen, Miss Marple. Tja, nicht schlecht, nicht? Obwohl ich zugeben muss, dass es mir etwas gegen den Strich ging, meine Pastete zu lange zu backen. Es passt haargenau. Mhm. Wofür halten Sie das? Das ist der Abdruck eines Steigbügels. Dann stammt der Lehm von einem Reitstiefel. Ja. Und zwar von einem Stiefel mit einem sehr deutlichen Riss. Dieser brockenfrischer Lehm klebte zwischen der Sohle und dem Hacken des Reitstiefels irgendeines Menschen. Und dieser Mensch hat Mr. Enderby noch besucht, kurz bevor er starb. Das war der Mörder, meinen Sie? So können wir ihn noch nicht nennen. Ich meine, solange nicht offiziell festgestellt wurde, dass er ermordet worden ist. Ja, schön. Aber wenn der Inspektor noch einmal in aller Ruhe über Ihre Theorie nachdenkt... Inspektor Kredow hat mir auf sehr liebenswürdige Weise versichert, dass das genau das ist, was er nicht tun wird. Nein, Jim. Sie und ich müssen die Spur, die wir entdeckt haben, ganz allein verfolgen. Dankeschön. Wo sollen wir beginnen? Nun, wir müssen zunächst herausfinden, wer aus seinem Toden Nutzen zieht. Dann müssen wir warten, bis das Testament in den Zeitungen veröffentlicht wird. Das ist nicht gesagt. Das ist nicht gesagt. Gut, allein macht es nicht Glück, muss der Mensch haben. Entschuldigen Sie, was meinen Sie damit? Das Fuhrwörter steht genau unter dem Fenster dort. Das erfordert jetzt ein gewisses Maß an Geschicklichkeit. Wir müssen da nämlich raufklettern. Wenn uns nun jemand sieht, was machen wir dann? Von der Straße wird uns niemand sehen können, weil der Turbogen ja die Sicht verdeckt. Kommen Sie. Und obwohl ich es sehr bedauere, die unersättliche Gier meiner Verwandten befriedigen zu müssen, bestimme ich hiermit nichtsdestoweniger. Dass mein gesamtes Vermögen gleichmäßig verteilt wird zwischen meinem Vetter vierten Grades George Crossfield, damit er nicht länger auf das Geld seiner Kundschaft zurückzugreifen braucht. Meiner Nichte Rosamund Chain, um ihr die Möglichkeit zu geben, ihrem Mann ein Leben zu bescheren, wie er es gerne führen möchte. Meinem Neffen Hector Enderby, damit er in der Lage ist, jeden Tag auf die Jagd zu reiten, anstatt einmal in der Woche. Und ihm damit mehr als bisher Gelegenheit gegeben wird, sich den Hals zu brechen. Oh. Und schließlich meiner Schwester Cora Lenzkennett in dankbarer Erinnerung, dass sie sich 30 Jahre lang im Ausland aufgehalten hat und ich nicht von ihr belästigt wurde. Das hinterlassene Geld ist sofort allen betreffenden Parteien auszuzahlen, in der Hoffnung, dass es sie alle so unglücklich wie nur möglich machen möge. Das war wohl der wichtigste Punkt, jedenfalls was sie angeht, glaube ich. Nein, Mr. Trandl, der wichtigste Punkt ist, wie viel Geld ich bekommen werde. Aber George, ich finde, du solltest solche Dinge nicht sagen, auch wenn sie deiner Einstellung entsprechen. Warum nicht? Ich will es wissen. Ja, natürlich. Wir alle wollen es wissen. Nun, ich kann Ihnen im Moment noch nicht die präzise Summe nennen, aber ich schätze, dass jeder ihre Anteile zwischen 20 und 25.000 Pfund beträgt. Ach, Hector, ich finde, du hättest in der Todesanzeige deines Onkels, die du in die Zeitungen aufgegeben hast, nicht das Wort plötzlich verwenden sollen. Wie meinst du das, Tante Cora? Ich meine, es könnte die Leute am Ende stutzig machen. Aber regen wir uns nicht auf. Es ist doch immerhin alles sehr hübsch vertuscht worden, nicht wahr? Wovon redest du eigentlich? Nach dem, was er zu mir sagte, als er mich im vergangenen Monat besucht hat, wäre es nicht gut, die Sache publik zu machen. Wir müssen es für uns behalten, in der Familie. Meine liebe Mrs. Lenz-Kennett, würden Sie bitte klar aussprechen, was Sie mit diesen seltsamen Andeutungen meinen? Aber er wurde doch ermordet, nicht wahr? Guten Morgen. Ach, guten Morgen, Inspektor. Danke sehr. Ich habe zuerst gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das muss eine Sinnestäuschung sein. Aber Sie sind es doch. Gestatten Sie ihn? Ach, ich danke Ihnen. Miss Marple, sind Sie sich darüber klar, dass, wenn Sie mir nicht so gut bekannt wären, ich Sie in diesem Moment wegen groben Unfuchs festnehmen würde? Dürfte ich Sie bitten, mir zu erklären, worin dieser grobe Unfug besteht, Inspektor? Ähm, äh, Schnüffeln. Schnüffeln? Ja, Sie haben mich ganz richtig verstanden, Miss Marple. Ich glaube, dass jeder in Milchester interessiert ist zu erfahren, wie viel der alte Enderby hinterlassen hat. Und auch wem. Und ich nehme an, Sie wollten die Erste sein. Also schön, Herr Inspektor, wenn Sie es darauf anlegen, mich als alte Klatschstante und Schnüfflerin zu bezeichnen, dann wünsche ich Ihnen einen guten Tag. Kommen Sie, Mr. Stringer. Miss Marple, glauben Sie nicht, dass Sie besser zur Polizei gehen und Inspektor Kredok mitteilen, was Sie belauscht haben und... Alte Klatschstante und aufdringliche Schnüfflerin waren seine Worte, glaube ich. Nein, Ihre. Er hat es so gemeint. Aber vielleicht hat er jetzt... Bitte, Mr. Stringer, seit dem Auftritt heute Morgen ziehe ich es vor, Inspektor Kredok nicht mehr zu erwähnen. Es ist ja ganz gleich, was er denkt. Nach dem, was Mrs. Lenskin hat gesagt hat, wissen wir jedenfalls, dass wir Recht haben. Mr. Enderby wurde ermordet. Und wir kennen das Motiv. 25.000 Pfund für jeden Familienangehörigen. Ja, und das ist schon eine ganze Menge Geld. Und, äh, da Sie alle profitieren... Sind Sie auch alle verdächtig, sicher. Aber ein Motiv ist nicht genug. Was wir brauchen, sind vor allem Tatsachen, sonst tappen wir weiter im Dunkeln. Wir sollten uns also an die Arbeit machen und versuchen, so viel wie wir können, über die Familie herauszubekommen. Mrs. Halley-Bowl? Ja. Immer ein guter Ausgangspunkt. Natürlich kann Ihre Schwätzerei nicht ausstehen, aber in einer verzweifelten Situation muss einem jedes Mittel recht sein. Oh ja. Und darüber hinaus schlage ich vor, dass wir sofort anfangen. Oh. Es ist Ihnen doch sicherlich klar, wieso. Haben wir beide jemals einen Kriminalroman gelesen, der es bei einem Toten bewenden lässt? Ach, Sie meinen... Ja. Vielleicht schlägt der Mörder doch einmal zu. Ja, daran hatte ich nicht gedacht. Vielleicht sollte man doch lieber die Polizei... Wir werden erst zur Polizei gehen, wenn wir schlüssige Beweise haben. Die haben Ihre Methoden und wir haben die unseren. Nein. Außerdem habe ich gehört, dass Cora Lenskinet nicht erst zur Beerdigung nach Manchester zurückgekehrt ist, sondern schon viel früher. Nachdem sie eine ganze Reihe von Jahren in Frankreich gelebt hat, hat sie vor ungefähr zwei Monaten hier ein Häuschen gemietet. Liegt nur ein paar Meilen von hier. Ja, und dort hat Ihr Bruder Mr. Enderby Sie auch besucht. Ja. Ja, und der VK behauptet, er wäre ein Einsiedler gewesen. Er hätte den Ort über 30 Jahre nicht verlassen. Ja, das habe ich auch gehört. Und Mrs. Helle Brown... In meiner Fundgrube für Informationen. Sie sagt, Cora Lenskinet hätte diese Erbschaft dringend gebraucht, weil Ihr Mann bis zu seinem Tode ihr ganzes Geld verschwendet hätte, um einen haufen wertloser Bilder zu kaufen. Kann alles nützlich sein, unter Umständen. Aber es sagt uns noch nicht, warum sie glaubt, dass Ihr Bruder ermordet worden ist. Vielleicht hat sie nicht die Wahrheit gesagt. Warum sollte sie lügen? Ihr Mann war immerhin ein Franzose und ein Maler noch dazu. Ja, und obendrein auch noch ein sehr schlechter und dennoch macht sie das nicht vollkommen unglaubwürdig. Nein, nicht vollkommen. Wissen Sie was? Ich glaube, es wird Zeit, dass ich mich mal porträtieren lasse. Porträtieren, Miss Martin? Ja, ich werde Sie mal besuchen, diese Cora Lenskinet. Nur als Vorwand selbstverständlich. Wir müssen herausfinden, was Ihr Bruder zu ihr an jenem Tag gesagt hat und was sie zu der Überzeugung brachte, dass er ermordet wurde. Ich werde bald wieder zurück sein. Vielleicht sind Sie so freundlich, einen Tee für uns zu bereiten. Natürlich, sehr gern. Wer sind Sie? Was tun Sie denn hier? Ich wollte... Und was ist denn mit Miss Lenskinet geschehen? Ja, ich fürchte, sie ist tot. Tot? Aber... Sie haben Sie getötet. Sie haben Sie getötet. Aber meine liebe Frau... Rühren Sie mich nicht an! Ich habe doch gesehen, wie Sie sich über Sie beuten. Meine liebe Frau, sehe ich etwa wie eine Mörderin aus? Ich weiß nicht, wonach Sie aussehen, aber ich habe Sie gesehen. Was Sie gesehen oder nicht gesehen haben, ist im Augenblick völlig ohne Belang. Wir müssen die Polizei rufen. Wo ist Ihr Telefon? Da steht es. Aber Sie haben mir noch nicht gesagt, wer Sie sind. Ich bin Mrs. Lenskinets Gesellschafterin. Miss Milchrist. Hallo? Ja, ich kann hören, dass Sie sprechen, aber Sie werden leider damit aufhören müssen. Ich weiß, dass das ein Nebenanschluss ist, aber dieses Gespräch ist sehr dringend. Ich muss die Polizei rufen. Seien Sie bitte nicht so sarkastisch, junger Mann. Ich habe tatsächlich ein schweres Verbrechen zu melden. Mord, jawohl. Und einen besonders schröslichen Mord. Lassen Sie das im Laboratorium so schnell wie möglich untersuchen, ja? Ja, ist gut, Sir. Eine komische Waffe ist das. Ja. Die Waffe einer Frau. Oder die eines Mannes, der wünscht, dass jeder denkt, es wäre eine Frau, Frau gewesen. Ich habe diese Möglichkeit schon mit einberechnet, Miss Marple. Die Dame sagt, sie fühlt sich jetzt wohl genug, um zu sprechen. Gut, bringen Sie sich herein. Vielen Dank, Miss Marple. Ich möchte Sie nicht länger aufhalten. Ist schon gut, Herr Inspektor. Ich stehe Ihnen sehr gern zur Verfügung. Sie haben sie doch nicht etwa in Verdacht, oder? Nun, sie war hier. Die Waffe war eine Hutnadel. Das schon, aber würde sich wirklich jemand so offensichtlich verdächtig machen? Es soll schon dumme Mörder gegeben haben. Sie ist schüchternd gehemmt, Inspektor. Doch, sie ist keine dumme Frau. Übrigens, Inspektor, Sie müssen wissen, dass heute Morgen bei der... Eher nicht jetzt, Miss Marple, bitte. Oh, Miss Milchris, setzen Sie sich doch bitte schön. Ach, ich habe noch nie etwas mit der Polizei zu tun gehabt. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, mein Kind. Diese Herrschaften sind immer sehr nett. Vielen Dank, Miss Marple. Ich habe gehört, dass Sie seit vielen Jahren Mrs. Lenzgenets Gesellschafterin gewesen sind. Oh ja, allerdings. Das ist bestimmt ein großer Schock für Sie, aber ich muss Ihnen doch einige Fragen stellen. Ich habe nichts zu verbergen. Davon bin ich überzeugt. Wann haben Sie Sie zuletzt gesehen? Unmittelbar, bevor ich zur Bücherei ging. Um welche Zeit war das? Ich fuhr mit dem 2 Uhr Bus. Ich würde sagen, Sie ist dann ungefähr 2 Stunden tot. Jetzt ist es 4 Uhr 30, also sagen wir 2 Uhr 30. Der Arzt wird das natürlich präziser feststellen können. Ist es nicht außergewöhnlich schwierig, ja sogar unmöglich, die genaue Todeszeit festzustellen, Inspektor? Wir werden uns die größte Mühe geben, so exakt wie möglich zu sein, Miss Marple. Nun, als Sie sie verlassen haben, erschienen Sie Ihnen da nervös oder irgendwie aufgeregt? Nein, es ging ihr so gut wie sonst. Sie machte sich gerade fertig, um auszugehen. Miss Milchrist, haben Sie vielleicht irgendeine Ahnung, wer Sie getötet haben könnte? Nein, nein, jetzt abgesehen von Ihrem Verdacht auf Miss Marple. Irgendjemand anders, gab es da jemanden, der Sie hasste? Das glaube ich nicht. Sie war immer zu jedermann freundlich. Sie war auch sehr freundlich zu mir. Sie sagte mir, dass mir Ihren Amethyst-Anhänger hinterlassen würde und eines von Ihren eigenen Bildern sollte ich auch bekommen. Sie hat wunderschön gemalt, finden Sie nicht auch? Hm. Ähm. Ja. Ja, in der Tat. Miss Milchrist, hatten Sie irgendwelche Besucher in der letzten Zeit? Nein, wir haben sehr zurückgezogen gelebt. Aber hat sich denn keiner Ihrer Verwandten mit Ihrem Verbindung gesetzt, nachdem Sie wieder nach England zurückgekehrt war? Nur Ihr Bruder, Ihr verstorbener Bruder, meine ich, er hat Sie vor etwa einem Monat besucht. Er hat doch zuletzt sein Haus kaum noch verlassen. Hatte der Besucher einen besonderen Grund? Nun, ja, sehen Sie, die beiden hatten sich in den Jahren etwas entfremdet. Und nach dem Tode Ihres Mannes hat sie dann an ihn geschrieben, weil sie finanzielle Hilfe brauchte. Waren Sie bei dem Besuch zugegen? Nein, Herr Inspektor. Haben Sie durch Zufall gehört, worüber die beiden miteinander sprachen? Glauben Sie, dass es meine Angewohnheit ist, an Türen zu horchen? Natürlich nicht. Ich bitte um Entschuldigung. Es wäre ja möglich, dass Sie was von dem Gespräch zufällig mitbekommen hätten. Ich habe gar nichts gehört. Miss Marple, ich glaube, ich bin absolut fähig, die notwendigen Fragen zu stellen. Entschuldigen Sie, Inspektor. Ich danke Ihnen, Miss Milchrist. Wenn Sie so freundlich wären, meinem Assistenten eine vorläufige Aussage zu machen, werden wir uns später weiter unterhalten. Ja, ist gut. Ach, Begin, verstehen Sie doch bitte die Angehörigen. Ich nehme an, dass der Anwalt die Adressen haben wird. Jawohl, Sir. Mrs. Lenskennett sagte mir, Sie würden sich alle für ein paar Tage bei Mr. Enderby aufhalten. Das heißt also, im Galop-Hotel, nicht wahr? Ja. Das ist doch auch ein Reitinstitut, zu viel ich weiß. Miss Milchrist, sind Sie oder Mrs. Lenskennett jemals geritten? Geritten? Ja, Sie wissen doch, Pferde. Nein. Dankeschön. Tja, ich möchte Sie zwar nicht aufhalten, Inspektor, aber ich würde vorschlagen, dass Sie der Familie so schnell wie möglich einen Besuch abstatten. So, das schlagen Sie also vor. Und warum? Nun, ich glaube, Sie sollten wissen, dass Cora Lenskennett bei der Testamentseröffnung heute Morgen gesagt hat, dass Ihr Bruder ermordet worden ist. Was? Woher wissen Sie? Oh ja, natürlich. Sie haben es zufällig mit angehört, nicht? Sie sagen es, ich habe es zufällig gehört. Hätte gern gewusst, warum Sie mir das nicht früher gesagt haben. Ich habe doch versucht, es Ihnen früher zu sagen, aber ich bin hier nicht zum Wort gekommen. Oh ja, natürlich, ganz recht. Finden Sie nicht auch, dass es etwas sonderbar ist, dass Sie so kurz, nachdem Sie diese Äußerung gemacht hat, ermordet worden ist? Ja. Etwas sehr sonderbar. Es sei denn, dass jemand aus der Familie gedacht hat, dass Cora Lenskennett nicht nur wusste, dass Ihr Bruder ermordet wurde, sondern auch, wer der Mörder war. Ja. Demzufolge ist diese arme Frau natürlich von jetzt an in einer sehr gefährlichen Lage. Miss Milchrist? Ja. Sehen Sie, wenn Sie nun doch zufällig das Gespräch zwischen Cora und Ihrem Bruder belauscht hat und der Mörder dies weiß oder vermutet, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie ebenso zum Schwein gebracht wird wie Cora Lenskennett. Ich fürchte, ich werde Sie jetzt verlassen müssen, um nach Hause zu gehen und zu packen. Packen? Ja. Ich mache einen kurzen Urlaub. Guten Tag. Eine ausgezeichnete Idee, Miss Marple. Ich hoffe, dass Sie recht angenehme Tage verleben. Ich bleibe mit Ihnen in Verbindung. Miss Marple, mir ist immer noch nicht ganz wohl bei dieser Geschichte. Ich finde, ich sollte lieber bei Ihnen. Aber Mr. Stringer, wir waren uns doch einig, dass jemand, der nicht reiten kann, an einem solchen Ort nur auffallen würde. Außerdem ist die Polizei da. Und daher, rein aus Routinegründen, möchte ich gern von Ihnen einen Bericht haben über alles, was Sie gestern Nachmittag zwischen zwei und vier Uhr getan haben. Sie wollen doch nicht andeuten, dass jemand aus der Familie die arme Tante Cora ums Leben gebracht hat. Ich will überhaupt nichts andeuten, Sir. Ich führe nur eine Untersuchung. Eine ziemlich aggressive Untersuchung, muss ich sagen. Tut mir leid, ich finde, Mord ist auch ziemlich aggressiv. Und seien Sie doch mal vernünftig, Mann, warum sollte einer von uns solch einen schrecklichen Mord begehen? Vielleicht hat Cora Lenskennett etwas gewusst und man wollte Sie zum Schweigen bringen. Worüber zum Schweigen? Sie hat gestern in Ihrem Beisein eine Bemerkung gemacht. Und zwar die Bemerkung, dass Ihr Onkel, Mr. Enderby, ermordet wurde. Ungeheuerlich. Wie haben Sie das herausbekommen? Das ist doch nebensächlich, nicht wahr, Sir? Ich nehme an, keiner von Ihnen wird leugnen, dass Mrs. Lenskennett das gesagt hat. Also bitte. Das wäre ein Motiv. Vielleicht gibt's noch andere. Darf ich bei Ihnen anfangen, Mr. Shane? Ja, gewiss. Aber ich fürchte, ich kann kein Alibi nachweisen, wenn es das ist, worauf Sie raus sind, Herr Inspektor. Gestern Nachmittag? Tja, ich bin eigentlich den ganzen Nachmittag ausgeritten. Allein, Sir? Tja, ganz allein. Wohin? Ich fürchte, die Umgebung ist mir nicht bekannt genug, um Ihnen das sagen zu können. Aber Sie waren bekannt genug, dass Sie wieder zurückfinden konnten. Das Pferd fand zurück. Sind Sie unterwegs irgendjemandem begegnet? Nein, ich bedauere es sehr. Ich wünschte, es wäre so. Ja, ich auch. Na, wie steht's mit Ihnen, Mr. Crossfield? Tja, ich bin gestern Nachmittag ebenfalls ausgeritten. Verstehe. Und ich bin auch niemandem begegnet. Na schön. Und ich nehme an, dass Sie ebenfalls ausgeritten sind, Mr. Enderby? Nein, ich war den ganzen Nachmittag über hier zu Hause. Wirklich, Hector? Ich wollte dich sprechen und dachte, du wärest weg, weil deine Tür verschlossen war. Ich wollte nicht gestört werden und schloss deshalb die Tür ab. Was haben Sie getan? Die Abrechnungen kontrolliert. So, so. Na, fein. Und Sie, Mrs. Shane? Wir haben einen Schand alle ziemlich schwache Alibis. Ich war auch in meinem Zimmer. Den ganzen Nachmittag über? Ja, mit Ausnahme der Zeit, als ich zu Hector ging. Ich habe gelesen. Hat Sie jemand vom Personal gesehen, als Sie Mr. Enderby aufsuchen wollten? Nein. Ich gebe zu, Herr Inspektor, es ist ungewöhnlich für eine englische Frau Liebe mit einem Buch im Zimmer, als auf einem Pferd zu sitzen. Aber es ist dennoch möglich. Das habe ich gar nicht bestritten. Dann sind Sie jetzt wohl hoffentlich zufriedengestellt. Ich bin keineswegs zufriedengestellt, Mr. Enderby, aber lassen wir das jetzt im Moment. Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie meinem Assistenten Bacon ausführliche Angaben machen. Und halten Sie sich bitte zur Verfügung. Ich bin für etwa eine Stunde beim Kommissar, falls Sie mich brauchen. Jawohl, Sir. Einen Augenblick, Herr Inspektor. Hat das zu bedeuten, dass wir alle hierbleiben sollen? Ich fürchte ja, Mr. Crossfield, wenigstens bis zum Abschluss der Anlassung. Aber ich muss morgen unbedingt nach Schottland fahren. Tut mir leid, aber das ist unmöglich. Es ist eine wichtige Auktion, Herr Inspektor. Lord Fatherways Gemäldesammlung, alle Kunsthändler Englands werden dabei sein und ich habe einen Kunden für den Gainsborough. Sie haben doch einen Partner, so viel ich weiß, nicht? Sie haben sich also bereits über mich informiert? Reine Routinesache, Mr. Crossfield, aber Ihr Partner kann doch an der Auktion teilnehmen, nicht wahr? Ja, aber... Na, das ist doch fein. Guten Tag. Ach, Sir, vielleicht kann ich bei Ihnen anfangen. Ach, Herr Inspektor, ich wollte Ihnen noch etwas sagen. Ja? Ich führe hier ein Hotel und Sie können sich bestimmt vorstellen, dass es nicht besonders angenehm für mich ist, wenn ein Polizeibarren vor der Tür steht. Wenn Sie es für nötig halten, uns wieder zu besuchen, könnten Sie etwas mehr inkognito kommen. Sonst noch was? Ich finde, das genügt doch nicht wahr. Ja, Mr. Enderby, allerdings, guten Morgen. Oh! Oh, sehen Sie das da? Kann man nicht gut übersehen, nicht? Unglaublich! Das ist ein Brotbreach-Damensattel aus Northampton in Winters sind Sie auch. Sehen wir doch mal nach. Was? Ich meine, welcher Jahrgang es ist. Es muss unter dem Steigbügel stehen. Tja, hier steht... Nein, sagen Sie es mir nicht. Ich werde es Ihnen sagen. 1882. Nein, ich belüge Sie, Inspektor, 1885. Richtig. Und ich kann Ihnen auch sagen, wem er gehört. Ich habe solch einen Brotbreach-Damensattel nur einmal in ganz England gesehen, Lady Cursebreckel. Na, einen Augenblick. Dieses Prachtstück gehört... Mir, Mr. Enderby. Guten Morgen, Inspektor. Meine Mutter natürlich. Meine Gnäste, ich beneide Sie. Er ist wunderschön. Ich hoffe, Sie haben ein Tier, das Ihnen mit Würde tragen kann und mich auch. Ja, 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 natürlich. Oh, wie reizend. Ich habe mich für eine Woche angemeldet. Wirklich, Herr Inspektor, es ist nett, Sie nach so langer Zeit wiederzusehen. Nach so langer Zeit? Ja, es muss doch Monate her sein. Tja, allerdings... Ich bin entzückt, Miss Marple. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass Sie Werte hoffliegen, zu uns zu gehören. Sie müssen wissen, dass ich zu meiner Zeit viel geritten bin. Junior Silbersporen, Brockbrock, 1910. Junior Silber, Brockbrock, 1910. Miss JTV Marple. Miss Marple, ich hätte... Ein Augenblick, bitte, Inspektor. Wenn man bedenkt, dass wir seit Jahren Nachbarn sind, ohne uns zu kennen, Sie müssen mir gestatten, Sie zum Lunch einzuladen. Sie werden doch natürlich mit mir essen. Natürlich. Miss Milchrist, guten Morgen. Es ist nett, Sie wiederzusehen. Guten Morgen. Sind Sie nicht so erschrocken rein, meine Liebe? Ich habe meinen Sollernmorden nämlich heute schon erfüllt. Wohnen Sie denn auch hier? Ja, das möchte ich sagen. Oh, das wusste ich gar nicht. Zweifellos eine angenehme Überraschung für Sie. Gestatten Sie, dass ich Sie bei dieser Gelegenheit frage, was Sie hierher führt? Oh, Mr. Hector Enderby hat mich eingeladen. Das war sehr liebenswürdig von Ihnen, denn ich musste doch das Landhaus verlassen und wusste nicht, wohin ich sollte. Mr. Hector Enderby hat Sie eingeladen? Nun, ich hoffe, Sie haben einen angenehmen Aufenthalt. Danke sehr. Oh, übrigens, ich würde der Familie nichts davon erzählen, dass ich gestern im Landhaus war. Es würde die Untersuchung des Inspektors vielleicht beeinträchtigen. Hallo, George. Wohin starrst du denn so? Komm herein, Rosamund. Was kann es denn da unten so Interessantes geben? Die Frau, die mit Hector wegreitet, hat den Onkel tot aufgefunden. Sie wohnt seit gestern hier. Na und, was weiter? Ich mag Menschen nicht, die in meinen Angelegenheiten schnüffeln. Ach, du bist wieder nervös. Wiedersehen. Wenn du Michael siehst, sag ihm bitte, dass ich ihn gesucht habe. Bleib noch einen Augenblick hier, Rosamund. Falls es dich nicht nervös macht, dass du mit mir allein bist. Wieso denn nervös? Weil du weißt, wie anziehend ich dich finde. Ja, das weiß ich. Immer noch nur Michael? Ja, natürlich. Stört es dich nicht ein bisschen, dass er dich bloß wegen deiner Erbschaft geheiratet hat? Kleiner Irrtum, lieber George. Er hat nicht mich geheiratet, sondern nicht ihn. Ich wollte Michael vom ersten Augenblick an und habe die Entscheidung getroffen. Bekommst du immer alles, was du willst? Ja, natürlich. Und ich frage nicht erst lange. Aha. Du bist eine gefährliche Frau, Rosamund. Ich hoffe, du willst nie etwas von dem, was mir gehört. Du meinst jetzt von deinem Geld? Keine Angst, im Moment nicht. Warum hast du es eigentlich so eilig gehabt, es zu kriegen? Hast du es wirklich so dringend gebraucht? Sagen wir, ich konnte es ziemlich gut gebrauchen. Bist du wieder in Schwierigkeiten? Was zum Teufel meinst du damit? Deine Kunden geben dir doch sicher manchmal Geld, um Bilder für sie zu kaufen, nicht wahr? Ja, na und? Es wäre bestimmt nicht das erste Mal, dass du dir was davon geliehen hast, Halt den Mund. Werde doch nicht gleich so wütend. Das ist mir ganz egal. Ach George, hast du vielleicht... Ach, da bist du ja, Rosamund. Ich habe dich überall gesucht. Ich habe dich auch gesucht, mein Schatz. Ich möchte gerne ein bisschen ausfangen. Ich dachte, wir wollten spazieren gehen. Ich möchte aber jetzt gern ausfahren. Also schön, bitte, wie du willst. Bis nachher, George. Auf Wiedersehen, George. Hallo, Hillman. Wünschen Sie etwas, Mr. Crossfield? Ja. Ich möchte ein bisschen mit Ihnen plaudern. Dazu habe ich keine Zeit. Ich muss nämlich arbeiten. Nun werden Sie nicht frech. Alles, was ich will, ist eine kleine Information über Mr. Hector und diese alte Dame. Von mir werden Sie keine Information bekommen. Wieso nicht? Haben Sie etwas zu verbergen? Nein, ich nicht. Aber vielleicht gehen Sie jetzt raus und lassen mich in Ruhe weiterarbeiten. Regen Sie sich bloß nicht auf, Hillman. Ich kann das Gefühl nicht loswerden, dass diese alte Dame Mr. Hector Schwierigkeiten machen will. Das soll Sie lieber lassen. Sie versucht es vielleicht. Ich glaube, es würde sich lohnen, wenn Sie sie ein bisschen im Auge behalten. Ich habe gelogen, als ich dem Polizisten heute Morgen sagte, ich wäre ausgeritten. Aber das ist doch im Grunde ohne Belang. Es kommt darauf an, was du getan hast. Tja, ich hatte was in der Stadt zu erledigen. Natürlich. Ich hoffe, du hast ihr liebwohl gesagt. Ich weiß nicht, wovon du eigentlich sprichst. Wirklich nicht? Gib dir keine Mühe. Ich weiß immer, wann du lügst. Aber ich lüge nicht. Doch, natürlich lügst du. Genau wie du behauptet hast, dass du den Onkel an seinem Todestag nicht aufgesucht hättest. Das war auch eine Lüge. Woher willst du denn das wissen? Ich weiß alles über dich. Hör jetzt zu, Rosamund. Ich kann es nicht vertragen, wenn man mir dauernd nachspioniert. Das ist mein Ernst. Treib es bitte nicht auf die Spitze. Ich will es wissen, hörst du. Was ist passiert? Hast du geglaubt, dein unwiderstehlicher Charme würde seine Brieftasche öffnen? Ja, ich habe es jedenfalls gehofft. Und war es so? Nein. Und das ist also alles? Ja, natürlich ist das alles. Dann hättest du es doch erwähnen können. Ich dachte, die Leute würden, nachdem was passiert war, bestimmt glauben, dass ich... Du meinst, sie hätten denken können, dass Tante Cora vielleicht doch recht hatte? Ja. Ich glaube, das hätten sie getan. Was zum Teufel machen Sie da? Mr. Hilmen, haben Sie mich aber erschreckt. Was machen Sie mit diesen Stiefeln da? Ich habe Sie nur bewundert. Feines, altes, englisches Leder. Kräftig und doch geschmeidig. Lassen Sie bitte in Zukunft Ihre Finger davon. Hilmen! So spricht man nicht mit einer Dame. Gehen Sie wieder an Ihre Arbeit. Ich wollte Ihnen bloß sagen, dass Blackjack wieder im Stall ist. Sie brauchen wegen Hilmen nicht beunruhigt zu sein. Er ist ein ungehobelter Bursche, aber er ist seit vielen Jahren bei mir, unbedingt vertrauenswürdig. Dann täuscht aber das Aussehen, dieses merkwürdige Menschen. Gewaltig, Mr. Enderby. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, ich muss mich ein wenig ausruhen. Du scheinst mich nicht zu verstehen. Ich will nichts von Onkels Sachen, nur dieses Bild. Das ist aber sehr schade, weil ich gerade gestern zu Hector gesagt habe, dass ich es haben möchte. Warum lassen wir das ganze Zeug nicht einfach versteigern und jeder bekommt den gleichen Anteil vom Erlös, damit endlich dieser blöde Streit aufhört? Aber ich streite ja gar nicht, Liebling. Hör mal, dieses Bild bringt noch nicht einmal zwei Pfund bei einer Auktion. Bist du dessen ganz sicher, George? Du bist doch Kunsthändler. Vielleicht ist es wirklich wertvoll und du bist der Einzige von uns, der es weiß. Es ist nicht wertvoll. Zufällig gefällt mir das Bild nun mal. Das ist alles. George, ich finde, der Rosamund dieses Gemälde so am Herzen liegt, solltest du es ihr lieber überlassen. Für einen Gentleman gilt immer noch das Gebot, Ladies first. Nicht nach meiner Aufmerksamkeit. Aber nach der meiner. Ich würde euch vorschlagen, darum zu würfeln. Keiner von euch scheint mich zu verstehen. Ich will es. Aber das bedeutet nicht, dass du es kriegen kannst. Aber gar keine Frage. Also nun hör mir mal zu, Rosamund. Hört auf. Ich habe keine Lust, eure verrückten Streitigkeiten länger in meinem Haus zu erdulden. Aber Hector, ich... Es ist mein Ernst, Rosamund. Ja, Hector, dir mag es ernst sein, aber mir ist das... Keins Aber. Die Sache ist erledigt. Das ist mein Haus. Und hier werde ich wohl noch zu bestimmen haben. Es ist doch merkwürdig, wie sich ein bisschen Geborgenheit auf manche Menschen auswirkt. Entschuldigung, aber ich finde diese Bemerkung nicht sehr amüsant. So war sie auch gar nicht gemeint, lieber Hector. Jedenfalls freue ich mich, dass die Sache jetzt geregelt ist. Es ist noch nichts geregelt, soweit es mich betrifft, nicht. Aber natürlich, George. Du scheinst Rosamund falsch verstanden zu haben. Es ist geregelt, weil ich das Bild behalten werde. Oh, noch nicht zu wettgegangen, Miss Marple. Ich suche mir nur etwas zum Lesen aus, bevor ich mich zurückziehe. Gute Nacht. Gute Nacht. Wenn Sie vielleicht Miss Marple suchen, sie ist unten in der Halle. Tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe. Oh, es ist schon gut. Ich bin immer noch etwas nervös, glaube ich. Ja, natürlich, unter den Umständen überrascht mich das nicht. Wie meinen Sie das? Nun, wenn ich der Mörder wäre, würde ich bei dem Gedanken sehr beunruhigt sein, dass Sie vielleicht gehört haben, was der alte Ender wie zu Cora gesagt hat. Aber ich habe nichts gehört. Ich persönlich kann es Ihnen nicht verdenken, dass Sie es vergessen haben. Der Mörder würde Sie sonst hier kaum herumlaufen lassen, nicht wahr? Oh, ich muss sofort gehen. Ja, das muss ich auch. Gute Nacht. Fehlt Ihnen irgendetwas, Miss Milgrill? Ja, ich... Könnte ich Sie bitte einen Augenblick sprechen? Allein? Natürlich. Kommen Sie doch bitte in mein Zimmer. Dankeschön. Ich hoffe, das bedeutet, dass Sie mich nicht länger für eine Mörderin halten. Bitte verzeihen Sie mir das. Es war dumm von mir. Durchaus nicht. Eine natürliche Schlussfolgerung, als Sie mich fanden, wie ich mich über die Leiche beugte. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Danke sehr. Also, was wollten Sie mir sagen, meine Liebe? Miss Marple, ich habe doch zugehört, als Cora... Ich meine, Mrs. Lenskinet und ihr Bruder sich unterhielten. Das dachte ich mir. Glauben Sie aber nicht, dass sich die beiden absichtlich belauscht? Natürlich nicht. Was haben Sie gehört? Nicht viel, nur Bruchstücke eigentlich. Aber genug, um zu verstehen, dass er furchtbare Angst hatte, jemand aus der Familie würde ihn töten. Wer denn von Ihnen? Das weiß ich auch nicht. Er hat es immer nur angedeutet, als ob er sich scheute, einen Namen zu nennen. Verständlicherweise. Miss Milchrist, haben Sie das schon irgendjemandem erzählt? Natürlich nicht. Ich meine, weil er so kurz darauf starb, wurde ich doch ein bisschen stutzig. Und als dann Mrs. Lenskinet... Oh, Miss Marple, ich bin ganz verstört. Ich habe solche furchtbare Angst. Grund genug haben Sie dazu, glaube ich. Sie haben mich alle gefragt, ob ich das Gespräch belauscht habe. Und dann sehen mich alle an, als ob Sie mir nicht glauben wollen. Ich fürchte, Sie sind nicht imstande, überzeugend genug zu lügen. Wir müssen diese Geschichte Inspektor Gredok erzählen und niemand anderem. Und je früher, desto besser. Machen Sie sich keine Sorgen mehr darüber. Gehen Sie auf Ihr Zimmer und überlassen Sie alles andere mir. Ich habe unseren Onkel an dem Tag, an dem er getötet wurde, aufgesucht. Wir alle sind irgendwann einmal bei ihm gewesen. Und jeder aus dem gleichen Grund. Um Geld aus ihm herauszulocken. Aber du warst schlimmer als wir alle. Du warst gierig genug, um deswegen einen Mord zu begehen. Und nicht nur um ein Viertel des Vermögens, sondern um einen Riesenbetrag zu bekommen. Dieses Bild ist, wie du genau weißt, ein Vermögen wert. Ironie des Schicksals, was? Wenn man bedenkt, dass er das vor 30 Jahren in Paris für ein Butterboot erworben haben muss. Doch ich weiß auch, was dieses Bild wert ist. Und ich will es haben. Und wenn du mir nicht sagst, wo es ist, dann weißt du genau, was passieren wird. Also, wo ist es? Was haben Sie hier zu suchen? Lassen Sie mich los! Sie tun mir weh! Also, Schnüffeltante, schämen Sie sich nicht, hier herumzuspionieren! Wie können Sie es wagen? Ich werde mich gleich morgen früh bei Ihrem Arbeitgeber über Sie beschweren. Hey, wer ist da? Machen Sie auf! Hilfe! Lassen Sie mich raus! Lassen Sie mich hier raus! Hilfe! Lassen Sie mich hier raus! Machen Sie nicht solchen Höllenärmden! Stellen Sie den Motor ab! Na komm schon, Blackjack, komm ruhig, mein Junge, ruhig, ruhig, ruhig. Was zum Teufel geht denn hier vor? Was ist passiert? Was ist mit Blackjack los? Blackjack ist in Ordnung, Sir. Ihm ist nichts geschehen. Aber es war jemand da drin. Was? Ich sagte, es war jemand da im Stall. So wer? Mr. Crossfield, Sir. Er ist tot. Und wo waren Sie, Mr. Ilwin? Ich war oben in meinem Zimmer. Und Sie, Madam? Ich habe fest geschlafen, Inspektor. Hm. So, so. Dann waren Sie also alle auf Ihren Zimmern. Einer von Ihnen aber nicht. Derjenige, der die Stalltür heimlich verschlossen und den Motor anstellte, ist ein Mörder. So ist die Sachlage. Und bis ich hier auf den Grund gekommen bin, darf keiner von Ihnen das Haus hier verlassen. Das wird aber leider unmöglich sein, Herr Inspektor. Ich muss aber darauf bestehen. Meine Männer bleiben hier, also ist jede Flucht aussichtslos. Wollen Sie mich etwa ruinieren, Mann? Ich kann hier keine Polizei trussen. Sie können und Sie werden, Mr. Enderby. Aber heute Abend ist unser jährliches Tanzvergnügen. Heute Abend? Sie veranstalten hier einen Tanz? Ich gebe zu, es mag gefühllos klingen, unter diesen Umständen ein Tanzvergnügen abzuhalten, aber ich bin Hotelbesitzer. Ich habe inzwischen schon genug Gäste verloren. Also gut, meinetwegen können Sie tanzen. Aber sonst ändert sich nichts. Das ist im Augenblick alles. Kann ich jetzt wieder an die Arbeit gehen, Sir? Ich habe noch sehr viel zu tun. Ich nehme an, dass der Inspektor das erlaubt. Natürlich. Mhm. Soll das heißen, dass wir alle gehen können? Sie dürfen nur das Grundstück nicht verlassen. Ach, Herr Inspektor, ob ich wohl heute Nachmittag nach London fahren darf? Ich habe ein Interview. Nein, Mr. Shane, es tut mir leid, aber es darf niemand weg. Aber Herr Inspektor... Das ist alles, Mr. Shane. Oh, Miss Marple. Ja, Inspektor. Können Sie bitte einen Augenblick sprechen? Ich habe Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Aber natürlich, Inspektor. Es geht um Ihren Anruf von gestern Abend. Ach, das ja. Sie könnten jetzt beweisen, wer der Mörder ist, haben Sie, glaube ich, gesagt. Tja, ich fürchte, das war ein klein bisschen voreilig. Wirklich? Wen hatten Sie denn im Verdacht, Crossfield? Ja, ich glaubte zuerst, dass er es sei. Aber nur einen Moment lang, Inspektor. Ich hatte mich geirrt. Jetzt weiß ich es wirklich. Oh ja, davon bin ich überzeugt. Aber ich weiß es. Ich brauche nur noch eins, um vollkommen sicher zu sein. Das ist die fachmännische Auskunft eines Kunsthändlers. Eines Kunsthändlers? Ja, Sie haben ganz richtig verstanden. Das nehme ich zwar allein in die Hand, aber ich brauche dennoch Ihre Hilfe. Da ist ja Mr. Stringer. Wenn Sie mich einen Augenblick entschuldigen wollen, ich komme gleich zu Ihnen. Mr. Stringer fährt für mich nach London, in einer sehr wichtigen Mission. Und wenn ihr heute Abend zurückkommt, werde ich die letzten notwendigen Informationen erhalten. Dann sind wir soweit. Wir können den Mörder zwingen, sich uns zu erkennen zu geben. Ach, wirklich können wir das? Ja, das garantiere ich. Wie viel verstehen Sie von erster Hilfe, Inspektor? Erste Hilfe? Was hat das damit zu tun? Ich habe vor, heute Abend auf dem Ball einen Herzanfall vorzutäuschen. Und ich möchte Sie bitten, mitzuspielen und so zu tun, als ob Sie sich meine annehmen. Und dann einen Arzt zu rufen und von ihm die Diagnose bestätigen lassen. Natürlich, verstehe. Und was haben Sie dann vor, wenn ich fragen darf? Ich habe vor, mich dann ins Bett zu begeben und mich von jemandem zu Tode erschrecken zu lassen. Guten Tag, Inspektor. Aber... Kommen Sie, Mr. Stringer, gehen wir hinauf in mein Zimmer. Dort können wir uns besser unterhalten. Nein, nein, mit dieser alten Tante stimmt irgendetwas nicht. George hatte sie auch schon im Verdacht, dass sie für die Polizei arbeitet. Was für ein Unsinn. Sie ist eine Dame und außerdem eine großartige Reiterin. Aber das eine schließt nicht unbedingt das andere aus. Nicht wahr, Hector? Ich habe noch nie von einer berittenen Polizistin gehört. Sie kennen sie doch besser. Arbeitet sie für die Polizei? Oh, nein. Das heißt, das könnte ich mir nicht vorstellen. Ich bin mir der Ansicht, dass sie den Herrn Inspektor persönlich kennt. Warum ist das so wichtig, Liebling? Das klingt, als hättest du ein schlechtes Gewissen. Mein Gewissen ist vollkommen rein. Danke sehr. Na gut, dann brauchst du dir ja keine Sorgen zu machen. Hector, jetzt kann ich doch das Bild haben, nicht wahr? Nein. Aber außer mir wollte es doch bloß George. Und er ist tot. Ich sagte dir ja wohl schon, warum. Ich behalte das Bild selbst. So, das wäre es. Fahren Sie jetzt damit bitte nach London. Zu einem Kunsthändler. Wer soll den Wert schätzen? Dann bringen Sie es zurück, so schnell wie möglich. Also gut, wenn Sie dadurch weiterkommen? Ich bin überzeugt, dass ich dann den Mörder überführen und den Fall zum Abschluss bringen kann. Sie meinen, dass Sie schon so weit sind, Miss Marple? Ja, wir sind der Lösung ziemlich nah. Sie wissen, wer es getan hat? Ich glaube, ja. Großartig. Wer? Das kann ich Ihnen im Augenblick noch nicht verraten. Miss Marple, bitte seien Sie vorsichtig. Aber natürlich sehe ich mich vor. Und sorgen Sie dafür, dass Sie nicht unterwegs verhaftet werden? Das ist gestohlenes Privateigentum. Gestohlenes Privat? Kommen Sie. Oh. Oh, Mr. Enderby, habe ich einen Schreck bekommen. Aber bitte treten Sie näher. Danke sehr, es tut mir leid. Ich wollte gerade anklopfen. Natürlich. Sie kennen doch Mr. Stringer? Nein, ich hatte noch nicht das Vergnügen. Oh, verzeihung, Mr. Enderby, Mr. Stringer. Ein Freund von Miss Marple ist uns immer willkommen. Sehr erfreut. Ganz meinerseits. Also, auf Wiedersehen. Sie gehen doch nicht meinetwegen. Das könnte ich nicht erlauben. Nein, nein, nein. Nicht doch. Ich habe etwas in London zu erledigen. Oh, das ist aber schade. Ich habe gehofft, Sie nehmen an unserem Fest teil. Das ist doch eine fabelhafte Idee. Wo Sie doch so furchtbar gern tanzen. Tatsächlich. Das weiß ich ganz genau. Warum kommen Sie nicht wieder her, wenn Sie aus London zurücksehen? Ja, das könnte ich vielleicht einrichten. Na bitte, wunderbar. Dann wäre es doch am besten. Sie lassen Ihr Paket hier. Oh, von dem würde er sich bestimmt nicht drehen, nicht wahr, Mr. Stringer? Nein, nein, nein. Glauben Sie nicht, dass Sie sich jetzt lieber auf den Weg machen sollen? Je eher Sie gehen, desto eher sind Sie wieder bei uns. Sehr richtig. Es war mir ein Vergnügen, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mr. Enderby. Die Freude ist ganz meinerseits. Was für ein charmanter Mann. Ist es möglich, dass er zufällig den gleichen Beruf wie mein Vetter George hat? Und was für einen Beruf hatte Ihr Vetter? Er war Kunsthändler. Oh, wie kommen Sie nur auf diese Idee? Ich bin mir nicht darüber klar. Vielleicht lag er es an dem Paket, das er bei sich trug. Es sah ganz so aus, als hätte er ein Bild darin. Oh nein, Mr. Stringer ist der Leiter der hiesigen Gemeinde-Bibliothek. Verstehen Sie etwas von Malerei, Miss Marple? Nur ein wenig, würde ich sagen. Ich selbst kann ein gutes Bild nicht von einem schlechten unterscheiden. Vielleicht könnten Sie die Gemälde beurteilen, die mir mein Onkel vererbt hat. Meine Kenntnisse auf diesem Gebiet sind sehr begrenzt. Aber Sie werden doch sicher eine Meinung haben. Ich werde Ihnen meine Meinung sagen, aber wir wollen das aufschieben. Ich fürchte, ich muss mich heute Nachmittag etwas ausruhen. Ich fühle mich nicht wohl. Oh je, und da komme ich und belästige Sie auch noch mit meinem Geschmächt. Doch, doch. Sie müssen sich ausruhen, damit Sie unser Fest heute Abend richtig genießen können. Wenn Sie wüssten, wie sehr ich mich auf den ersten Walzer mit Ihnen freue. Nun, wie geht es hier? Ich bin gar nicht sehr zufrieden. Sie wird aber wieder gesund, nicht wahr? Herr Doktor, kann ich zu ihr gehen? Ich bedauere es sehr, Mr. Stranger, aber sie darf keinen Besuch empfangen. Ich kann es nicht mal verantworten, Sie von morgen früh ins Krankenhaus zu bringen. Sie haben wohl meine Frage nicht verstanden. Wird sie wieder gesund werden? Ich hoffe es, aber es ist ein ziemlich schwerer Anfall. Würden Sie bitte dafür sorgen, dass Sie nicht gestört werden? Natürlich. Wenn ich Sie nur einen Moment sprechen könnte, bevor wir gehen. Auf gar keinen Fall, Inspektor. Ausgeschlossen. Sie braucht jetzt absolute Ruhe. Es ist aber sehr wichtig für mich. Sie wollte mir nämlich etwas über ein Gemälde sagen. Das kann sie Ihnen ja vielleicht morgen erzählen, falls es ihr dann schon besser geht. Ich fürchte, ich muss darauf bestehen. Das können Sie ruhig tun, aber es wird keinen Zweck haben, denn im Augenblick ist sie meine Patientin und niemand darf zu ihr. Eine Störung, welche Art auch immer, würde vermutlich tödlich sein. Ich schlage vor, dass Sie jetzt alle zu Bett gehen und versuchen zu schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Miss Marple? Sind Sie wach? Wachen Sie auf. Wachen Sie auf. Ich bin es. Cora. Ich komme wieder zurück. Ja, Cora. Ich habe schon auf Sie gewartet. Sie kommen doch wegen Ihres Bildes, nicht wahr? Ja, Sie haben es gestohlen. Ich habe es nur geliehen, meine Gute. Ich habe es hier bei mir. Gestatten Sie mir also, es Ihnen wiederzugeben. Miss Milchris. Sie sind nicht krank? Ich habe mich in meinem ganzen Leben nie wohler gefühlt. Das heißt also, Sie haben gar nichts mit dem Herzen? Ich hätte mir denken können, dass es ein Trick war. Wie dumm von mir. Woher wussten Sie es? Ich habe Sie vorher schon mal gesehen. Und zwar bei der Testamentseröffnung. Sie haben sich verkleinert und Coras Stelle eingenommen, um den Verdacht zu sehen, dass der alte Enderbier ermordet worden sei. Damit, wenn Sie Cora töteten, es so aussehe, wäre, als ob jemand aus der Familie es getan hätte, um Sie zum Schweigen zu bringen. Eine vollkommene Täuschung. Keiner von Ihnen hat gemerkt, dass ich nicht Cora war. Und als George Crossfield dahinter kam, mussten Sie ihn auch töten. Das war doch raffiniert von mir, was? Und alles das ganz umsonst. Nicht ganz umsonst, Miss Marple. Weil Sie die Einzige sind, die Bescheid weiß. Am Ende waren Sie vielleicht doch nicht so schlau, Miss Marple. Genauso wie Cora. Diese blöde Gans. Das Bild ist ein Vermögen wert und sie hatte keine Ahnung davon. Sie war so schrecklich dumm. Sie sagte, ich könne es haben, wenn sie tot sei. Bloß, weil ich es eines Tages bewunderte. Diesmal aber werden Sie nicht unbeschoren davon. Oh, doch, das werde ich. In wenigen Minuten ist alles vorbei und ich werde wieder die harmlose Miss Milchrist sein. Ah! Inspektor! Zu Hilfe! Los, Bacon! Nein, bitte lassen Sie mich los! Bitte rühren Sie mich da nicht, ich will nicht mit. Also los, Bacon. Lassen Sie mich. Hallo? Wie leichtsinnig, warum haben Sie denn nicht geläutet? Der Volksmund sagt, das Gesetz hat einen langen Arm, Inspektor. Ich unglücklicherweise nicht. Und wenn Sie mich vielleicht entschuldigen würden, ich muss ein wenig Schlaf nachholen nach all dem. Mr. Enderby, man sagte mir, Sie wollten mich sprechen. Ja, das stimmt, Miss Marple. Ganz recht. Also? Wussten Sie schon, dass wirklich jeder Stuhl in diesem Zimmer sorgfältig mit dem Haar der Pferde gepolstert ist, die ich geliebt habe? Und ich darf wohl sagen, Sie lieben mich auch. Wirklich? Tja, mit Menschen bin ich leider nie so gut ausgekommen wie mit Pferden. Solange Sie im siebten Himmel schweben, doch wenn Sie unten sind, auf zwei Beinen steht man sehr schwach. Ich glaube, ich kann Ihnen folgen, Mr. Enderby. Das wusste ich im Voraus. Wir sind uns ähnlich. Sehr ähnlich. Tja, ich meine, Sie sind sozusagen eine reifere Dame, sind unverheiratet, leben allein. Tja, ich denke, Sie wissen bereits, was ich sagen will. Soll das bedeuten, dass Sie mir einen Heiratsantrag machen, Mr. Enderby? Ganz recht. Liebe Miss Marple, ich möchte Sie bitten, Ihren Sattel hier für immer aufzubewahren. Hier gehört er nämlich her. Tja, ich fürchte... Oh, schauen Sie, wir würden uns selbstverständlich die Arbeit teilen. Sie führen das Hotel und ich werde den Stall überwachen. Also gut. Dann übernehmen Sie den Stall und ich führe das Hotel. Ich fühle mich außerordentlich geschmeichelt, Mr. Enderby. Also? Aber ich fürchte, ich muss Nein sagen. Nein? Ja, sehen Sie, ich habe so viele andere Interessen, die meine Zeit in Anspruch nehmen. Meine nächste Aufgabe drängt schon. Die Theateraufführung in der Stadthalle, so eine Kriminalkomödie. Ich hoffe, Sie werden auch kommen. Nein, ich fürchte, dafür fehlt mir der Sinn. Und das ist aber schade. Tja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.